was ich jetzt gerade entdeckt habe finde ich sehr sehr spannend und ich werde es auf jeden fall ausprobieren und ich bin auch sehr gespannt darauf was ihr davon haltet und ob ihr das auch ausprobiert ich habe hier eine trading plattform wo man geld verdient und zwar nicht dadurch dass man besonders gut tradet sondern einfach nur dadurch dass man tradet das finde ich super spannend und ich glaube dass es sehr lukrativ sein kann wir schauen uns im heutigen video an bevor wir das machen wie immer hier der disclaimer stoppt das video und liest du das durch dann weißt du bescheid keine anlageberatung und zwar geht es oben librafinance ich lasse dir meinen anmelde link natürlich wie immer da so dass du den nutzen kannst und dich hier anmelden kannst und librafinance auf den ersten blick ist eine ganz normale trading plattform du kannst hier ethereum oder bitcoin long oder short trade das heißt du kannst darauf wetten sozusagen ob es steigt oder fällt das machen wir gleich auch einmal zusammen damit du siehst wie das funktioniert aber das ist gar nicht das spannende damit kann natürlich geld verdienen wenn es gut läuft aber die meisten leute verlieren im trading das hier ist anders weil hier wird zeit man natürlich wie für jedes trading oder bei jeder trading plattform gebühren und hier bekommt man für die gebühren ein reward und das schauen wir uns jetzt mal als erstes an und da wird es nämlich spannend du bekommst im augenblick das siehst du hier für einen dollar den du an gebühren bezahlt 41,3 libra token und ein libra token hat im augenblick einen wert von 0,158 dollar also da muss man jetzt kein mathe genie sein um zu sehen dass das mehr ist als man an gebühren zeit wird einfach mal ausrechnen 41,3 mal 0,158 sind 6,5 das heißt dadurch dass ich einen dollar gebühren zahle bekomme ich 6,5 dollar rewards im libra token das ist spannend das ist wirklich spannend weil dann kann man sogar schlecht traden man kann im prinzip einen trade aufmachen den sofort wieder schließen das machen wir gleich mal zusammen und dadurch generiert man gebühren aber diese gebühren sind geringer als die rewards die man im libra token bekommt da gibt es natürlich einen haken dran es gibt immer einen haken und der haken ist hier ganz klar wenn man sieht wann die fees unlockt werden man sieht nämlich dass die gebühren die jetzt in der zeit vom 7 februar bis 1 mai anfallen also im augenblick erst nach dem ersten mai freigeschaltet werden wenn wir hier in meine rewards history gehen ich habe das mal ausprobiert auch schon sehen wir dass ich zum beispiel 99 libra token habe die sind aber lockt für noch 53 tage das heißt ich kann die erst in 53 tagen verwenden und naja das wäre natürlich jetzt könnte man annehmen naja dann ist der libra token wahrscheinlich super inflationär sein und bis der soweit ist in 53 tagen ist der nichts mehr wert und dann ist es witzlos wenn man sich aber den chart anschaut von libra dann ist das ganz und gar nicht der fall das ist jetzt hier mal auf coingecko das ein jahreszeitfenster da ist ja ehrlich gesagt ziemlich stabil der war vor einem jahr bei 15 cent ist dann mal so durch den tal gegangen wo er bei 5 cent war das ist natürlich nicht so super ist aber jetzt wieder gestiegen in letzter wieder zurück auf 15 das heißt selbst hier in der tiefphase wäre das immer noch ein guter deal gewesen wäre es natürlich nur ein drittel des wertes aber immer noch würde man dann für einen dollar ungefähr zwei dollar bekommen also so gesehen alles ziemlich cool wenn wir ins große zeitfenster gehen war er hier eigentlich auch nie unter 5 cent hier vielleicht 4,6 also eigentlich nie unter 5 und war sogar in der spitzenzeit mal bei 50 im januar 22 also das sieht für mich alles ziemlich überzeugend aus darum machen wir das jetzt einfach mal wir sind jetzt hier bei ethereum traten jetzt hier bei fast 4000 dollar mega gut der bull markt ist im vollen gang ich bin komplett begeistert und wenn man jetzt neu ist muss man hier erstmal etwas geld auf die plattform legen das heißt man verbindet sich hier mit seiner wallet natürlich einfach nachdem du dich mit dem link angemeldet hast du gehst auf das männchen hier oben auf deposit und kannst dann mit den verschiedenen chains deposit machen arbeit um hast du 3,79 dollar gebühren das geht noch ist hier ist natürlich komplett wild mit fast 90 dollern und optimisten mit 34 cent am besten ja du kannst zum beispiel sagen arbeit um da hätte ich noch ein bisschen da habe ich ein paar ist hier noch drauf rumliegen 0,18 die könntest du hier eintragen ich glaube das minimum was du hier brauchst ist 0,01 und ein bisschen was für gebühren zu haben würde ich vielleicht 0,012 also 0,012 ist so glaube ich das minimum was du einzahlen solltest in ethereum das entspricht in dollar weiß ich nicht 20 dollar oder so das ist glaube ich so der mindestbetrag den du hier haben musst das habe ich jetzt schon gemacht und dann gehst du einfach auf deposit und dann war es das dann hast du die auf der plattform und dann kannst du die einsetzen siehst du in deinem portfolio auch hier kann man das sehen ganz kurz wie viel hier drauf ist im augenblick hier sieht man den betrag ja 77 dollar habe ich da jetzt gerade drauf als ethereum das sollte reichen damit vernünftig zu arbeiten und dann können wir einfach so ein trade aufmachen das heißt wir gehen einfach davon aus ethereum steigt wir machen einen kleinen trade auf 0,01 und dann sehen wir hier bei dem trade mit dem 0,1 erhebel also ein bisschen sehr konservativ hätten wir 20 dollar rewards am 2 erhebel da sind es ein bisschen mehr das sind nicht 20 dollar sondern 20 leiber oder in diesem fall eben 24 leiber das heißt wir gehen jetzt hier korrigieren das mal mit 0,01 reingehen marktpreis deswegen wird es ja auch angepasst die ganze zeit also 0,01 im marktpreis und haben dann diese 21 leiber gebühren weil eigentlich geht es uns nur um die gebühren weil wir möchten diese gebührenfarben letztendlich gut gehen wir rein open position und dann ist das ganze hier gemacht wir sind natürlich dann immer ein bisschen im minus ist klar weil wir natürlich einen unrealisierten negativen wert haben dadurch dass wir etwas teurer einsteigen als der markt gerade ist das ist ganz normal ist uns aber eigentlich egal wir sind jetzt hier 50 cent im minus aber wir haben diese 20 leiber verdient und diese 20 leiber das können wir auch noch mal ganz kurz ausrechnen entsprechend im augenblick 3 dollar das heißt wir sind hier 50 cent im minus bekommen aber 3 dollar an gebühren zurück insofern super deal machen wir direkt wieder zu close position und dann war es das wir haben jetzt hier einen dollar verloren weil 50 cent hin 50 cent zurück im prinzip aber haben ordentlich von diesen rewards eingesammelt da können wir direkt mal in die rewards history gehen hier müsste man jetzt eigentlich sehen genau da sind wir schon bei 142 die sind natürlich weiterhin lockt bis noch 53 tagen und im prinzip könnte man dieses spiel jetzt hier munter die ganze zeit hin und her machen und ordentlich gebühren ansammeln ach da geht immer automatisch hin zu den limit das nervt markt könnte auch ein bisschen aggressiver sein können fünffach hebel reingehen haben natürlich dann hier durch etwas geäußere gebühren werden aber schneller liquidiert das möchten wir nicht unbedingt also wollen ja hier weiter relativ konservativ unterwegs sein uns geht es ja eher darum gebühren anzusammeln und nicht irgendwie hier trading gewinnen zu erzielen also machen auch die position wieder auf und sind natürlich wieder hier im minus können es jetzt direkt mal zu machen auch wieder um dann die gebühren einzusammeln aber wir lassen jetzt mal vielleicht kurz auf vielleicht kommen wir ja sogar in einen leicht positiven bereich je nachdem wie sich der markt jetzt hier gerade entwickelt genau die kerze gehen so ein kleines bisschen nach oben das reicht aber noch nicht und das finde ich ist eine ziemlich geniale möglichkeit also eigentlich klingt es ein bisschen zu gut um wahr zu sein aber im augenblick sehe ich noch keinen haken also als ich das zuerst gesehen habe mit diesen rewards habe ich dann natürlich gedacht ja klar der token ist mega inflationär der wird runtergehen wie nichts über die zeit tut er aber scheinbar eben nicht wenn man sich diesen chart hier anschaut über das jahr hinweg ist es sogar in der letzten zeit sehr sehr positiv seitdem dieses programm läuft ja ich bin da eigentlich sehr sehr positiv auch hier circulating supply ist natürlich ein bisschen weniger als total supply aber ist jetzt auch nicht so mega viel weniger sind 78 prozent wenn ich das richtig sehe sind hier schon ausgeschüttet das heißt so richtig super inflationär können die den auch gar nicht mehr ausschütten das sieht eigentlich alles ganz gut aus was natürlich wichtig zu beachten ist es gibt einen gewissen pool und ich denke die rewards werden angepasst wenn der pool aufgebraucht ist das heißt wenn ihr mehr fies angesammelt werden als dieser pool her gibt werden wahrscheinlich pro dollar die anzahl an token die ausgeschüttet werden geringer das macht natürlich auch sinn um das ganze so ein bisschen anzupassen so wie sieht unser trade aus war eigentlich unverändert schlecht da tut sich gerade nicht viel es geht ein bisschen hoch aber nicht so viel als dass uns das hier den trade retten würde ich glaube ich lasse den einfach jetzt mal ein bisschen auf vielleicht läuft er noch ins positive dann mache ich ihn leicht positiv zu und sammle gebühren an und das werde ich jetzt wahrscheinlich mal so eine halbe stunde machen das ist so ein bisschen hin und her trade ohne ohne großartig gewinne oder verluste wahrscheinlich zu erzielen aber einfach um gebühren einzusammeln zu sammeln ich bin gespannt ob ihr das auch machen wollt ja man aber noch sehr interessante geschichte das war's für heute bis zum nächsten mal ciao